Seid gegrüßt, meine Lieben. Ich möchte heute mit euch eine wunderbare Botschaft sein. Eine Offenbarung, die ich vor kurzem bekommen habe und die mir so viel Kraft und Power gibt. Und ich möchte es dir nicht vorenthalten. Ich habe darüber schon sonntags bei uns in der Kirchengemeinschaft gesprochen und möchte diesen Gedanken jetzt auch in dieser Form mit dir teilen. Und dieses Thema habe ich genannt als in Form einer Frage, was bewirkte Jesus eigentlich am Kreuz? Was bewirkte Jesus eigentlich am Kreuz? Ja, ich denke mal, wenn wir über diese Frage so nachdenken, dann werden besonders viele Menschen, also die meisten Menschen, die mehr oder weniger Kontakt mit Christen hatten, wissen, nein, Jesus hat sein Leben für uns gegeben und Jesus ist gestorben für unsere Sünden und wir haben das ewige Leben, wenn wir an Jesus glauben. Das ist, denke ich mal, so eine klassische Antwort auf diese Frage. Das habe ich auch so bekommen, als ich die Frage gestellt habe. Für mich ist aber mit dieser Frage viel mehr gedeckt und ich möchte heute darüber ein paar Gedanken mit dir austauschen. Bevor ich in dieses Thema gehe, möchte ich aber eigentlich schon fast die Antwort liefern und wenn es dich begeistern wird, wenn es dich neugierig machen wird, dann kannst du gerne angeschaltet bleiben und dir die Erklärung dazu hören. Es wird heute um Jesus gehen, es wird heute um Gott gehen, es wird heute um Satan gehen. Das ist ein sehr interessantes, es ist ein riesen Zusammenhang und schlussendlich wird es heute um uns gehen, um dich und um mich. Und die Bibel ist wirklich wundervoll. Ich verliebe mich immer mehr in die Bibel, wenn ich diese Botschaften, wenn ich diese Offenbarungen bekomme, wie groß und mächtig Jesus eigentlich ist und was er eigentlich für uns getan hat. Zuallererst möchte ich eine Feststellung hier sagen, was Jesus mit seinem Tod bewirkte. Er starb nicht nur für deine Erlösung, nicht nur für deine Sünden, sondern auch für deine Gesundheit und noch für ein drittes Detail, das für mich eigentlich sogar mittlerweile Prio 1 geworden ist. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, wieso Jesus eigentlich gestorben ist. Nämlich dafür, um die Gerechtigkeit Gottes wiederherstellen zu können. Und um diese Gerechtigkeit Gottes zu wiederherstellen, musste Jesus mit seinem Tod bezahlen. Und wir werden darüber heute reden. Das ist ein Riesenthema, das ist ein wichtiges Thema. Und ich möchte erstmal mit ein paar Bibelstellen beginnen, die uns mehr oder weniger bekannt sind. Aber diese Bibelstellen werden für mich immer mehr zur Dreh- und Angelpunkt des ganzen Geschehens, was wir in der Bibel haben. Das ist einmal Jesaja Kapitel 53, Verse 4 bis 5 und 1. Petrus Kapitel 2, 22 bis 24. Diese zwei Bibelstellen sagen eigentlich mehr oder weniger dasselbe aus. Nur einmal ist es sehr lange vor Jesu kommen, als Prophetie über Jesus gewesen. Und das andere Mal als Petrus, das bestätigt als Erfüllung der Prophetie. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das sagt Jesaja in seiner Prophezeiung, in seiner Offenbarung über Jesus aus und sagt, dass das in der Zukunft sein wird, obwohl er das eigentlich schon in der erfüllten Perspektive wiedergibt. 1. Petrus Kapitel 2 Verse 22 bis 24 Lesen wir folgendes. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem überließ, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, damit wir, den Süden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ihr Lieben, wenn wir diese Bibelstellen der Reihe nachlesen, sehen wir, dass die ziemlich gleich sind. Und das ist auch wichtig und zeigt uns eigentlich, wie wichtig diese Offenbarung in Jesaja ist, die Petrus hier als Wiederherstellung oder halt als Erfüllung aussagt. Die meiste Zeit meines Lebens als Christ habe ich diese Bibelstellen als Gnade Gottes für mein Leben gefunden und so verstanden, dass ich durch diese, diesen Akt, durch diesen Tod, den Jesus gemacht hat, nun die Möglichkeit auf eine Erlösung habe, die Hoffnung habe, dass ich mal im Himmel bin und dafür hat Jesus bezahlt mit seinem Tod, dass ich durch Glauben an ihn Errettung habe. Vor kurzem habe ich durch die Führung des Heiligen Geistes viele andere Prediger und Lehrer gefunden, die mir eine andere, sehr tiefe Wahrheit aufgezeigt haben, die hier in dieser Bibelstelle noch vorhanden ist. Und zwar, hier steht folgendes, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten, wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Das heißt, wir durch unsere Sünden haben die keine Möglichkeit mehr auf Verbindung mit Gott gehabt und er musste dafür zahlen. Der erste Teil der Errettung. Der zweite Teil wurde von mir sehr lange Zeit ignoriert, nicht verstanden, nicht wahrgenommen. Und hier steht folgendes, wir haben nun Frieden mit Gott, Ja und Amen und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist ein Moment, der mir so erschien, dass sich im Himmel quasi alle Tränen abgewischt werden, alle Krankheiten sind weg. das habe ich verstanden. Aber wir sehen hier, es geht um viel mehr. Es geht um deine Krankheit, die du jetzt hier auf Erde haben kannst. Es geht um deine Sorgen, um deine Probleme, die du hier in dieser Welt erlebst. Es geht um viel mehr. Es geht nicht um irgendwann, sondern es geht darum, dass Jesus heute alles auf sich genommen hat. Er hat heute, heute alles auf sich genommen. Du musst nicht auf morgen warten. Du kannst heute dein Leben ihm anvertrauen, weil er alles auf sich genommen hat. Wir haben Frieden mit Gott, der erste Teil der Rettung, nicht da irgendwann, sondern jetzt hier. Wir haben den Frieden und wir haben keine offenen Wunden mehr. Petrus macht das genau selber. Er sagt, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das heißt, praktisch gesehen, Jesus ist der Einzige gewesen, der das Anrecht auf ein wundenfreies Leben hatte, weil in ihm keine Sünde war. Und Jesus sagt, durch meinen Tod biete ich dir die Möglichkeit an, deine Wunden auf mich zu nehmen und als im Austausch dafür gebe ich dir mein wundenfreies, meinen wundenfreien Körper dir gegenüber. Mein wundenfreies Leben gebe ich dir. Und wenn du heute bereit bist, diesen Tausch mit Jesus zu machen, wirst du feststellen, was für ein Segen in dein Leben reinkommen kann. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Es geht aber in dieser Bibelstelle, ich möchte gar nicht darüber sprechen, weil darüber habe ich schon sehr oft gesprochen. Ich habe vor ein paar Tagen noch eine weitere sehr wichtige Offenbarung bekommen und über diese möchte ich sprechen. Erstens steht in Petrus Kapitel 2 Vers 23 Der als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem überließ, der gerecht richtet. Es geht hier Jesus um die Gerechtigkeit. Es geht ihm um Gericht. Nicht nur um Gnade dir gegenüber, die vollkommen für dein Leben vorhanden ist, sondern es geht ihm auch um ein Gericht. Nur Jesus hat die Menschen, die ihn bespuckt haben, die ihn beleidigt haben. Er wusste ganz genau, dass die Menschen seine Schöpfung sind, seine Brüder sind und er hat sie geliebt. Wegen der Menschen ist er in dieser Welt gewesen, um für sie zu sterben. Das waren nicht die, über die er sein Gericht aussprechen wollte, sondern er wollte für diese Menschen sterben. Aber es geht um ein Gericht und um diesen Gericht wollen wir gleich mit hier reden. Und deswegen stand von vornherein die Frage, was bewirkte Jesus eigentlich mit seinem Tod? Es ging ihm um viel mehr. Und es geht auch heute dir und mir um viel mehr, wenn wir diese Wahrheit verstehen werden. worum ging es bei dem Tod Jesu Christi? Lass uns deswegen etwas weiter in das Alte Testament schauen und wieder ein paar Prophezeiungen angucken. Und wir werden jetzt eine weitere Persönlichkeit mit in dieses Thema reinnehmen und ich kann das gleich dir verraten, es geht um den Teufel selbst. Früher hatte ich Angst über ihn zu sprechen, heute weiß ich ganz genau, wer ich bin und wer er ist. Und nein, ich mache mich deswegen nicht lustig, sondern für mich ist wichtig zu verstehen, wer ich bin. Und deswegen muss ich verstehen, wer er ist. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Lass uns in Jesaja Kapitel 14 lesen, Verse 10 bis 12. Es geht genauso wieder um eine Prophezeiung. Okay? Und wir werden gleich dieses Ding kurz anschauen. Sie alle heben an und sagen zu dir, auch du bist schwach geworden wie wir und es geht dir wie uns. Deine Pracht ist hierunter ins Totenreich gefahren, samt den Klang deiner Hafen. Gewürm wird dein Bett sein und Würmer deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker. Erstens wird hier jemand beschrieben und es geht um ein Gericht, nicht wahr? Wir haben gerade um Gericht gesprochen und es geht jetzt hier um Gericht und es geht um Satan und es wird hier geschrieben wer Satan ist, du schöner Morgenstern. Also es geht darum, dass er nicht der Satan immer war, den wir heute kennen, sondern er war tatsächlich etwas ganz Schönes und ganz Besonderes. Wir werden darüber gleich nochmal sprechen. Es geht aber hier auch weiter, du warst Bezwinger der Völker. Du warst der König, du warst der Fürst über diesen Völkern. Es wird ihm Zugeständnis gegeben, wer er tatsächlich war. Aber es wird auch durch Jesaja hier ganz klar gesagt, was aus ihm wurde. Du wurdest niedergeworfen, zusammen mit all deinen Hafen, mit Klang deiner Hafen und Gewürm wird dein Bett sein und Würmer deine Decke. Das ist das Urteil, das Jesaja hier über den Satan ausspricht. Wer war zuerst Satan? Satan war nicht immer Satan. Satan war Luzifer und Luzifer war ein Engel, der besondere Eigenschaften hatte, der ein Engel über alle Engel war, der geseibt war zudem, der eine besondere Stellung noch unter allen Engeln hatte und der Name des Luzifers war eigentlich Hallel das ist der Name gewesen, der die Gerechtigkeit Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes besingen sollte beschützen sollte dafür wachen sollte dass Gott quasi Gott ist das heißt er hat gesagt proklamiert wer Gott war er war der der ganz genau wusste dass Gott immer treu gerecht ist dass er sich niemals ändert ändert das war Gott und Satan wusste das Luzifer wusste das und Luzifer hat das besungen Luzifer hat das proklamiert und er hat ihm damit gedient was ist aber noch wichtig dabei hier geht es darum raus zu finden was passierte mit dem Luzifer Jesaja sagt du wurdest niedergeworfen du wurdest besiegt und wann passierte das es gibt dafür viele Lehren die einen sagen dass er am Ende der Zeiten sein wird dass er niedergeworfen wird die anderen sagen er ist noch vor der Schöpfung niedergeworfen wurde als also quasi im Eden war Satan schon der Satan ja und ich möchte heute darüber reden ich möchte jetzt nicht über diese anderen Lehren sprechen ich möchte die auch nicht gut oder schlecht reden das interessiert mich alles nicht mich interessiert immer eine Offenheit Gott gegenüber und das was ich als Offenbarung bekomme versuche ich mein Leben zu analysieren und ich sehe ob es für mich Segen wird und wenn du heute genau dieselbe Einstellung hast vor Gott ich muss dich heute nicht überzeugen du kannst natürlich fragen mich wenn aber ich muss dich heute nicht überzeugen ich kann dir nur das zeigen was ich erkannt habe aber du wirst genauso in der Lage sein von Jesus persönlich zu lernen und das ist das wichtigste aber dafür brauchst du ein offenes Herz du kannst nicht alles verneinen und sagen okay jetzt passiert nichts nein du kannst offenes Herz Jesus gegenüber sein dann wird er dir bestätigen oder neues offenbaren und das ist wundervoll und das ist eine Offenbarung die ich einfach mit dir teile lass uns mal eine andere Bibelstelle angucken Hesekiel Kapitel 28 ab Verse 12 bis 15 da wird wieder über Satan geschrieben du Menschenkind stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm so spricht Gott der Herr du warst ein vollendet gestaltetes Siegel voller Weißheit und über die Maßen schön in Eden warst du im Garten Gottes geschmückt mit Edelsteinen jeder Art mit Sarda Topaz Diamant Türkis Ernyx Jaspis Zaphir Malachit Smaragd von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmuck den du trugst an dem Tag als du geschaffen wurdest wurden sie bereitet Es ist interessant wie Satan hier beschrieben wird wie Lützifer beschrieben wird wie mächtig er sein sollte wie wunderschön er sein musste nicht wahr und dann geht es weiter dann sagt er du warst ein glänzender geseibter in anderer Übersetzung schirmander cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt ein Gott warst du und wandelst inmitten der feurigen Steine du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an als du geschaffen wurdest bis ein dir Missetat gefunden wurde interessant und genau darum möchten wir jetzt gleich nochmal weiter reden als erstes eine Feststellung was sagt hier die Bibelstelle aus im Vers 13 sagt hier wo der Luzifer gewohnt hat da wo der Mensch gewohnt hat und da wo Gott gewohnt hat da wo Gott Gemeinschaft mit den Menschen hatte das war das Zentrum das war Berg Gottes das war Eden das war Garten Gottes interessante Parallele nicht war das wurde mir früher gar nicht bewusst als ich das gelesen habe da befand sich Satan da befand sich der Mensch da befand sich Gott alle an einem Ort Gott hat etwas geschaffen wo er sich tatsächlich immer wieder auf befand wo er quasi sich gerne wieder fand nämlich im Garten Eden da war er da war der Mensch und da war Satan nur Satan war der nicht Satan Satan war der Lützefer Satan war derjenige der eine Aufgabe hatte was für mich hier wichtig ist nämlich dass der Satan hier ein riesiges Problem bekommen hat Satan war eine Schöpfung Gottes die von der Herrlichkeit und Gerechtigkeit Gottes erzählen musste Satan war nicht Gott sondern Satan war eine Schöpfung und es kam plötzlich jemand der als Mensch plötzlich über Satan eingegliedert wurde weil als Gott den Menschen schuf hat er ihm seinen Geist gegeben und ab diesem Moment hat er dem Menschen die komplette Vollmacht gegeben über seine Schöpfung es ist interessant auch heute steht der Mensch über die Engel versteht ihr wieso weil der Mensch Gott ist weil der Mensch den Geist Gottes in sich trägt und das war dieses ursprüngliche riesige Problem für Satan geworden und er musste diesen Menschen das war zu tiefen Hass von ihm er musste diesen Menschen irgendwie loswerden und meine Offenbarung ist dass er gerade in diesem Moment nach einer Lösung gesucht hat den Menschen zum Fall zu bringen und er hatte nur eine Möglichkeit den Menschen zu verführen das zu tun was Gott nicht wollte und als der Mensch das gemacht hat stand der Satan plötzlich da und hat gesagt Gott du Gerechter schau mal den Menschen an er ist voller Sünde er hat dein Wort nicht befolgt und ich möchte bevor ich jetzt hier weiter gehe dir einfach ein Bild aufmalen stell dir mal vor du hast ein Lebenswerk vielleicht 30 Jahre 40 Jahre arbeitest du an irgendeiner Schöpfung deiner Schöpfung du baust eine Firma auf du kreierst irgendwas du machst irgendwas du legst da deine Finanzen deine Möglichkeiten deine Zeit rein du verzichtest auf Urlaub du verzichtest auf alles im Leben nur damit du das was du gerade machst perfekt machst und als es so perfekt ist kommt jemand und sagt mach es kaputt willst du das freiwillig machen ich glaube niemals genau das ist das Ding als Gott auf einmal auf den Menschen guckte da war noch viel mehr in diesen Menschen war Geist Gottes drin er hat sich mit den Menschen geteilt und in diesem Moment musste er diese Menschen töten weil Teufel gesagt hat er hat gesündigt Gott wollte das nicht machen was musste jetzt Gott anders machen er wollte am liebsten den Teufel töten aber das konnte er nicht machen weil der Teufel den Menschen als Geise hatte und das wäre die erste Ungerechtigkeit die Gott zugelassen hätte wenn er einfach nur den Teufel töten würde für seine Sünde gesündigt haben beide und den Menschen leben lassen würde dann hätten wir heute immer wieder ein Argument gegen Gott dass in ihm Licht und Finsternis ist aber die Bibelsicht bei ihm gibt nicht mal einen Schatten Veränderung zwischen Licht und Finsternis das ist das was interessant ist du kannst dich auf Jesus auf Gott vollkommen verlassen sein Wort stimmt das ist so wundervoll und deswegen musste Gott den Menschen weil er den Menschen am Leben lassen wollte am Leben lassen und den Teufel musste er zwingenderweise auch leben lassen und deswegen nimmt Gott dem Menschen den Zugang zur Garten Eden weg er bekommt einen toten Geist sein Geist stirbt diese göttliche Natur stirbt in dem Menschen und der Satan bekommt das was der Mensch ihm geschenkt hat weil er ihm gehorsam geleistet hat nicht Gott sondern er hat Satan auf sein Wort gehört gehört genau so und ab diesem Moment war der Satan der Gott über alle Menschen ab diesem Moment war Satan der Fürst dieser Welt und das dauerte bis Jesus in diese Welt kam und als Jesus in diese Welt kam hat der Teufel ganz genau gewusst mit wem er es zu tun bekommt und deswegen hat er Jesus angeboten hat gesagt pass auf schau dir das alles an wenn du mir nur verbeugst kriegst du das alles nur einmal verbeugen das war dem Teufel wert Jesus alles zu geben aber Jesus wusste ganz genau mit wem er redet und er wusste ganz genau wenn ich mich einmal vor ihm verbeuge und deswegen nicht die Schmerzen erleiden muss die ich erleiden werde wenn ich mich nicht verbeuge dann werden die Menschen zum zweiten Mal verlieren und dann wird der Teufel der Gott dieser Welt bleiben und das ist das was so wundervoll für uns heute ist ihr lieben Jesus entscheidet sich gegen das Angebot des Teufels und es entsteht die schlimmste Schlacht die es in der Weltgeschichte gab der Teufel nimmt alles um Jesus abzulenken zu vernichten und Jesus besiegt ihn mit mit dem Tod und wir kehren wieder zurück nach 1. Petrus nach Jesaja um wem oder warum ging es überhaupt Jesus mit dem was er getan hat ihm ging es um viel mehr als nur um dich und mich mit seinem Tod hat er nicht nur dir und mir Befreiung geschenkt sondern er hat viel mehr getan er hat die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt er hat das dem Teufel weggenommen was er als Kördermittel als die Waffe gegen die Stirn benutzt hat um Gott im Schach zu halten und ab diesem Moment wurde der Teufel Schach matt gestellt der Teufel wollte für Jesus alles geben er erkannte den Preis er hat gesagt ich gebe dir die ganze Welt Jesus hat gesagt die Welt wird mir sowieso gehören aber wenn ich die Welt nehme von dir werden die Menschen dir gehören und mir geht es um meine Schöpfung mir geht es um die Menschen die ich liebe und deswegen sehen wir hier in 1. Petrus dass Jesus das alles auf sich genommen hat was die Menschen ihm angetan haben warum weil er wusste es geht ihm nicht darum um die Menschen sondern um den Teufel der hinter den Menschen gerade steht und auf ihn spuckt er möchte ihn brechen er möchte ihn kaputt machen er möchte provozieren dass Jesus ausrastet er sagt in Garten Gethsemane glaubst du den nicht dass ich nur ein Wort und dann kommen Legionen von Himmel er wusste das alles aber ihm war viel wichtiger dass der Mensch Freiheit bekommt und als er das gemacht hat konnte er plötzlich dem Teufel sagen hier das ist ein schmutziges Geld das ist der Preis für die Menschen sie haben gesündigt ja es gab keinen Menschen der nicht ohne Sünde ist ja aber ich bin ohne Sünde und ich habe dafür bezahlt und jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes wieder hergestellt und damit spreche ich das Gericht Gottes über dich aus es war nicht so dass Gott einfach dem Teufel kaputt gemacht hat nein er war vollkommen bis ins kleinste Detail gerecht er hat die Strafe die der Mensch verdient hat auf Jesus verlagert weil nur er in der Lage war die komplette Sünde der Welt auf sich zu nehmen und auf diese Weise als er den Menschen zuerst vernichtet hat also im Grunde genommen die Anklage Teufels entmachtet hat konnte er den Teufel vernichten und deswegen ist er vom Himmel gestürzt wann als Jesus am Kreuz gesiegt hat und seitdem hat Jesus die Schlüssel des Todes des der Hölle das ist das Wichtige für uns was wir heute verstehen müssen ihr lieben und das verändert aber natürlich alles in unserer Einstellung Gott gegenüber nicht wahr wenn wir diese Botschaft verstanden haben dann verstehen wir plötzlich wer der Teufel ist und wer wir sind Jesus hat dich und mich wieder zurück gekehrt und alle Menschen haben jetzt Zugang zu Gott Befreiung alle Menschen und deswegen sagt er zu seinen Jüngern geht hin in die Welt und erzählt ihnen die Botschaft der Befreiung es ging nicht darum die Welt in der Sünde zu überführen es ging nicht darum die Menschen zu sagen wenn du dich nicht bekehrst dann bist du verloren für immer nein es ging darum erzähle ihm dass ich ihn befreit habe er kann zu mir kommen das ist die Botschaft die wir Christen heute in die Welt hinaustragen müssten es geht nicht darum dass wir Christen heute noch weiterhin leiden müssen dass wir uns ein niedrigen müssen dass wir alles in Kauf nehmen müssen dass wir nur den Himmel oben haben nein er hat gesagt das Himmelreich ist angebrochen sicherlich Jesus müsste sterben sicherlich hat er gesagt ihr werdet verfolgt werden weil der Teufel noch die Menschen überlistet weil er sie an lügt weil er nicht will dass die Welt erfährt wer der wahrhaftige König dieser Welt ist das ist das was so wichtig ist bei dieser ganzen Botschaft aber wir müssen verstehen dass wir es nicht mehr müssen wir müssen nicht leiden wir haben viel mehr in uns wir haben einen König der König dieser Welt ist und wir sind König es ist König der Könige das heißt wir sind automatisch Könige die heute die Vollmacht haben die Kraft haben zu regieren warum lässt du dich so schnell abstempeln Jesus möchte dass du heute in seiner Vollmacht Dienst das tust was er angefangen hat nämlich das Himmelreich in dieser Welt ausbreiten das fasziniert mich an Jesus so doll das motiviert mich mehr und mehr das zu probieren was Jesus gemacht hat er hat gesagt ihr werdet diese Dinge tun und noch viel mehr warum weil ihr nach meinem Tod in voller Kraft entfalten könnt das ganze Himmelreich gehört euch auf dieser Welt der Teufel ist hinunter geworfen worden und es gab einen Wechsel ihr seid jetzt von nun an im Himmel in die himmlischen Örten versetzt worden das heißt wir müssen heute aus dem Geist agieren ich motiviere ich möchte dich dazu motivieren einfach aufzustehen er möchte dich dazu motivieren mehr aus deinem Leben zu machen aktiv zu werden für den König aller Könige du bist mehr als du von dir heute denkst du hast mehr in dir als du wahrnimmst deine Worte haben Macht hör auf deine Worte was die sagen das ist so extrem wichtig geworden sei gesegnet mit dieser Botschaft und wenn es dir hilft dann möchte ich dir meinen Wunsch aussprechen teile diese Botschaft mit anderen damit noch viel mehr Menschen erkennen wer sie in Christus sind und was Christus für die gemacht hat das ist eine tolle Botschaft was du noch machen kannst du kannst deine Kommentare abgeben du kannst dein like setzen und du kannst deine Fragen geben du kannst bitten dass man für dich betet wenn du auch da unterstützen brauchst ich stehe dir gerne zur Verfügung ich teile gerne Jesus mit sei gesegnet bis zum nächsten Mal mach's gut